Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Review bei uns im Kanal. Heute schauen wir uns das neue Anno Spiel an. Nach dem wohl besten Aufbauspiel Anno 1404 liegt die Messlatte natürlich hoch. Kann Anno 1800 da mithalten? Schauen wir doch einfach mal rein. Was fällt mir direkt zu Beginn des Spiels auf? Ich finde es war selbst für mich als, sagen wir mal, Einsteiger in dieses Spiel wirklich relativ leicht, sich in das Spiel einzufinden. Man hat einige Tutorials, Erklärungstexte und kommt so ganz gut in die ganze Mechanik rein. Aber ich habe dennoch ein bisschen Zeit gebraucht, um spezielle Themen wie Diplomatie, Versorgungsrouten und diese ganzen wirtschaftlichen Simulationseffekte, um mich da reinzuarbeiten. Aber es hat insgesamt sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese ganzen Themen einfach zu erlernen. Das Spiel schimpft sich ja so ein bisschen mit der neuen Welt. Im Endeffekt fängt man mit Bauern an und arbeitet sich nach und nach hoch. Der Fortschritt geht dabei sehr fix. Man erkundet, forscht, erfüllt einfach so viele Aufgaben, wie es nur geht und kommt relativ schnell voran. Die Zeitungen manipulieren, um den Einfluss hochzuhalten? Das ist hier auch kein Problem. Eine andere Insel einzunehmen, anzugreifen oder aufzukaufen? Das ist ebenso kein Problem. Was ich ein bisschen komisch fand, waren die Beträge, die hierbei für eine friedliche Lösung aufgerufen wurden. Weil die lagen einfach jenseits von Gut und Böse. Da habe ich mich meistens dafür entschieden, einfach das Ganze auf dem Kriegsweg zu lösen. Ein großer Pluspunkt für mich sind ganz klar die Detailstufen, die man in diesem Spiel eingebaut hat. Nicht nur die Grafik sieht super aus, nein auch die wirtschaftliche Komponente ist einfach sehr, sehr toll gestaltet. Die Details, die man in Produktionsketten hat, um einfach diese ganzen Überprüfungen zu tätigen, zu gucken, wo muss wer hin, damit es sehr, sehr effektiv ist. Das fand ich sehr genial gelöst. Ebenfalls kann ich das bestätigen, was andere schon lange bestätigen in diesem Spiel. Es gibt einfach sehr, sehr viel zu tun. Das gefällt mir sehr, denn damit verfliegt natürlich die Zeit einfach wie im Flug. Es gibt ein ausgiebiges System von Wareneingängen, Ausgängen und diversen Anforderungen, die man als Bürger sozusagen gestellt bekommt. Krieg führt man diesmal nur zu Wasser, was aber für mich grundsätzlich kein Problem dargestellt hatte. Denn ich denke, auf diesen ganzen Inseln würde es eh ein bisschen schwierig sein, wenn man das Ganze zu Lande machen müsste. Immer wieder kommt es in meiner Stadt zu Bränden oder Aufständen, die ich mit verschiedenen Mitteln unter Kontrolle bringen musste. Ich musste eine Feuerwehr bauen, ich musste eine Polizeistation bauen, manchmal musste ich auch zwei Feuerwehrstationen in der Nähe des Industrieviertels bauen, um das Ganze effektiver zu gestalten. Das war schon sehr schön zu sehen, wie das ganze Wirtschaftssystem einfach ineinander funktioniert und diese ganze Infrastruktur, die ich anfangs etwas wirr aufgebaut habe, immer, immer besser wurde. Die Kampagne von Anno 1800 ist so lala, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Geschichte war ganz gut erzählt, wird aber nach und nach immer verworrener und hat für mich gegen Ende hin einfach gar keinen Sinn mehr ergeben. Da war ich so bei der Kampagne bei Anno 1404 einfach Besseres gewohnt. Da hat es viel besser in dieses ganze, ja wie soll ich sagen, in dieses Genre gepasst. Einfach aus der neuen Welt hätte man meiner Meinung nach einfach mehr rauskitzeln können. Aber ich denke vielleicht für den einen oder anderen ist die Kampagne interessant. Für mich persönlich war sie einfach ein nettes Gimmick, das einfach so mitgeschwommen ist. Insgesamt bin ich aber überzeugt davon, dass Anno 1800 zu einem würdigen Nachfolger vom 1404er Titel werden kann. Denn es gibt so viel zu tun, dass man einfach gar nicht weiß, wo man direkt anfangen soll. Es sind ein paar kleine Kritikpunkte, die ich hatte, aber ich finde, die überwiegen eigentlich nicht bei diesem Spiel. Deswegen kann ich für dieses Spiel eine ganz klare Kaufempfehlung aussprechen. Es macht sehr, sehr viel Spaß und ich bin mir sicher, ich werde noch einige Spielstunden in das Spiel investieren. Dann bin ich an der Stelle mal wieder raus. Bis dahin, schöne Zeit euch, euer Anders hier, tschau'sen!